Was lernt ihr? Lebensmittelkontrolle. Wer ist der Anführer bei euch? Aus rechts Cindy. Wie geht's dir, Cindy? Alles gut bei dir? Bis jetzt noch, ja. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Ich bin ehrlich, ich mag eigentlich gar keine Comedians. Ach so, ne, also eigentlich... Hey, wie bist du zu deinem Beruf gekommen? Also als allererstes mag ich keine Comedians, okay? Was machst du als dein Hobby? Als allererstes halt die Fresse, okay. Dann lass mich im Namen von allen Barbesitzern sagen, wir mögen euch nicht. Warum möchtest du Lebensmittelkontrolleurin werden? Weil ich selber aus der Branche komme. Aus der Gastrobranche? Und jetzt das von der anderen Seite betrachte. Ah, cool. Es ist so eine Rache-Geschichte. Willst du es unbedingt schaffen, in dieser einen Bar, wo du früher gearbeitet hast, in dem Bezirk davon Kontrolleur zu werden, um dich richtig zu f***en? Das finde ich großartig, Mann.